Ich werde Sie an die Ostfront schicken. Und was soll ich an die Ostfront tun? Das heißt, wir haben einen Verräter unter uns. Untersuchen Sie diesen Fall. Sie kennen doch Soja Kim, oder? Er soll in der Krokodil-Kompanie sein. Was? Er liegt noch? Wieso hat er dich hergeschickt, die Spionageabwehr? Wir sollten Verräter geben. Einen, der für die nordkoreanische Seite arbeitet. Die Stellung ist als Aero-K-Hügel bekannt. Sie erstreckt sich in einem Radius von 200 Kilometern. Wie oft hat der Hügel den Besitzer gewechselt? Was schätzt du? Luft nach oben! Hier ist nichts, was es für dich herauszufinden gäbe. Du glaubst, das ist nichts, ja. Ihr spioniert also nicht für die Roten. Los, Hohan! Verschwinde von hier, ehe du vielleicht getötet wirst. Übertreib nicht, gib nicht so an. Alle gehen durch die Hölle, du Arschloch! Weißt du eigentlich, was wirklich die Hölle ist? Hör auf! Hör auf, du Schieße! Hör auf, Hör auf, Hör auf! Diesmal wird es unsere letzte Schlacht um den Aero-K-Hügel sein. Meinst du, du wirst es überleben? Ihr müsst bloß noch zwölf Stunden durchstehen! Ihr dürft euch nicht aufgeben! Ihr müsst doch nach Hause. Vorwärts! 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 Hör auf, du Schieße! Musik Bei einen Moment von oben 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 oben! 1 zu spät. banco